Die Aufgabenstellung war es, einen heterogenen Maschinenpark mit unterschiedlichen Herstellern anzusteuern und das Ganze in ein Softwarekonzept einzubinden, wo auch CAD und ERP möglichst automatisiert über Schnittstellen Daten austauschen konnten. Grundlage dafür ist die offene Struktur in WICAM, dass jede Information an jeder Stelle über jede Schnittstelle ausgeleitet werden kann und das ist natürlich ein Vorteil, wenn ich ein Lager vom einen Hersteller und Produktionsmittel von einem anderen Hersteller habe. Im konkreten Fall TMS ist es so, dass die Information, welches Rohmaterial herangeholt werden muss, über die Maschinen ans Lager gehen, die kommen ursprünglich mal vom WICAM und dass die Maschinen auch die Fertigteile ebenfalls digital so abgebildet sind, dass das Lager weiß, an welche Stelle die zurückgelagert werden müssen. Das hat TMS in die Lage versetzt, in den Bereichen, wo es sinnvoll war, die Produktion vollautomatisch laufen zu lassen und auch zu entscheiden, in welchen Bereichen brauchen wir mehr Automation und in welchen Bereichen lassen wir es eher manuell laufen. WICAM bietet dafür die perfekte Basis, weil alle Schnittstellen rundherum vorhanden sind. Das heißt, ich kann mir als Kunde aussuchen, welcher Bereich ist mir wichtig, wo stecke ich Energie rein und habe dann auch die Schnittstellen, wenn ich sie brauche. Das heißt, ich kann mir als Kunde aussuchen, welcher Bereich ist mir wichtig, wenn ich sie brauche. Das heißt, ich kann mir als Kunde aussuchen, welcher Bereich ist mir wichtig, wenn ich sie brauche. Das heißt, ich kann mir als Kunde aussuchen, welcher Bereich ist mir wichtig, wenn ich sie brauche.